Meine Mutter ist Jodlerin und ich fand es als Kind ganz schrecklich. Ich habe es gehasst. Ich hatte immer einen Walkman dabei, dass ich das nicht hören musste. Ich bin dann später als Jugendliche mitgegangen mit meiner Mutter und dort nahm es mir den Ärmel rein. Seitdem kann ich eigentlich nicht mehr aufhören. Es ist für mich eine richtige Seelen-Nahrung.